Die Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt hat in der Koalition jetzt eine überraschende Wende genommen. Denn CDU und CSU setzen nun, ebenso wie die SPD, auf Außenminister Steinmeier. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Merkel sprach heute von einer Entscheidung der Vernunft. Für SPD-Chef Gabriel gleicht die Nominierung eher einem Coup. Er hatte Steinmeier nämlich schon vor Wochen ins Gespräch gebracht. Es war Chefinnensache, einen eigenen Kandidaten zu finden, gemeinsam mit der CSU. Nun muss die Kanzlerin erklären, warum der SPD-Kandidat Frank-Walter Steinmeier doch auch ihrer ist. Die Unterstützung sei ein Signal der Stabilität. Herr Steinmeier ist ein Mann der politischen Mitte, geachtet in der Wirtschaft und Gesellschaft, im In- und Ausland. Und aus diesem Grunde, so glaube ich, für das Amt des Bundespräsidenten ausgezeichnet geeignet. Ein Erfolg für SPD-Chef Gabriel, der betont ruhig auftritt heute. Es sei gut, dass sich die gesamte Koalition auf Steinmeier geeinigt habe. Ebenso wie der Amtsinhaber genieße der hohes Ansehen und Vertrauen. In einer Zeit, in der die sozialen und politischen Gegensätze zugenommen haben, brauchen wir einen Repräsentanten unseres Staates, der dieses Vertrauen genießt, die Sprachlosigkeit überwinden kann. Und mit der sich möglichst große Teile unserer Gesellschaft identifizieren können. CSU-Chef Seehofer nennt Steinmeier heute einen guten und geeigneten Kandidaten. Dass alle Unionsfavoriten nicht gewollt hätten, sei schade. Aber jetzt sei die Zeit doch reif gewesen für eine Entscheidung. Ich hätte mir auch andere Dinge vorstellen können. Aber es gibt dann auch eine Verantwortung für das Amt und für das Land. Und der muss man dann gerecht werden, auch wenn es nicht allen parteipolitischen Vorstellungen entspricht. In der Bundesversammlung, die den Präsidenten wählt, haben Union und SPD zusammen deutlich mehr als 631 Stimmen und damit die absolute Mehrheit sicher. Die Grünen halten Steinmeier für einen respektablen Kandidaten, wollen ihn demnächst zu einem Gespräch einladen. Die Linke will dagegen einen eigenen Bewerber ins Rennen schicken gegen Steinmeier. Er steht als Architekt für die Agenda 2010 und damit für den Tatbestand, dass Millionen Menschen sozial ins Abseits gestellt wurden. Frank-Walter Steinmeier ist heute unterwegs und hat sich noch nicht erklärt. In Berlin ist jetzt Tina Hassel. Frau Hassel, die Kanzlerin hat Steinmeier ja als Mann für schwere Zeiten charakterisiert. Was könnte sie damit gemeint haben? Nun, diese Botschaft hat zwei Komponenten. Zum einen stimmt es Zeiten großer Verunsicherung, brauchen ein Signal der Klarheit, brauchen an der Spitze des Staates einen verlässlichen, erfahrenen und versöhnenden Bundespräsidenten. All das wäre Steinmeier. Zum anderen aber soll das natürlich auch ablenken von der eigenen Niederlage. Denn das ist eine Niederlage, dass die Union trotz dieser Verhältnisse und der Mehrheit eben keinen eigenen Kandidaten hat stellen können. Und dass die Kanzlerin letztlich wieder kein glückliches Händchen hatte und dem Coup von SPD-Chef Gabriel nichts und niemanden entgegenstellen konnte. Warum hat es die Union denn nicht geschafft, einen eigenen Kandidaten aufzustellen? Nun, zum einen hat es wirklich eine ganze Reihe von Absagen gegeben. Das hat Horst Seehofer heute noch einmal bestätigt. Zum anderen war es aber auch München, war es der CSU-Chef, der den Spielraum extrem verengt hat, den Spielraum der Kanzlerin, indem er eben jegliches Signal in Richtung Schwarz-Grün ausgeschlossen hat. Und damit eben auch viele potenzielle Anwärter. Auch über das geheime Treffen am Samstag mit Steinmeier, Seehofer mit Steinmeier, hat er anscheinend die Partei nicht informiert oder nur vielleicht die Kanzlerin. All das sorgt durchaus für Unmut, auch in der CDU haben wir gehört. Denn am Ende blieb Angela Merkel dann gar nichts anderes übrig. Als auf die sichere Variante zu setzen, eine Niederlage eines eigenen Kandidaten am 12. Februar wäre eine Katastrophe gewesen.